Sooo, also jetzt. Hallo, Frühlechter. Ich bin da fest, ich war da irgendwie fest. So, ja super, wo finde ich... Ich weiß natürlich wieder super, welchen von den 3 Trillionen Wegen, die du jetzt gegangen bist. Aber ich glaube hier... Solange deine Anzeige immer direkt unter mir ist, ist ja alles in Ordnung. Notfalls nach unten gegraben. Jetzt müssen wir jetzt wieder den hier nehmen. Oh man, nur noch 3 Minuten. Ja super, hier kommen wir auch nicht lang. Oh, wie schnell nachgegangen ist hier. Jetzt lass dich durch hier, Säule. Oh, boah. Hier auch nicht. Meine Güte, wir sind langgegangen schon wieder. Das war knapp. Bei einer ersoffen oder was? Ja, bei einer Lava. Ah. Ah. Zu tief schon. Oh. Ach. So. Gucken, ob das geht mit der Lava hier. Ist hier irgendwie so ein Wasserding? Ne, warte. Wo bist du denn hier runter? Verdammte. Super, ich hab's jetzt zwar nicht dicht gefunden, aber ich hab Silber gefunden. Da stehen noch irgendwie 3 Fackeln, da drunter ist ganz viel. Ja, wenn ich da hinkomme, dann baue ich das ab. Aber ich hab weder die 3 Fackeln, schweige denn dich bisher gefunden. Von daher sieht das jetzt nicht so mega gut aus gerade. Oder? Ach, ich hänge hier auch grad irgendwie fest so. Ne, ne. Irgendwo hier. Muss das doch jetzt langsamer sein. Ich grab mich jetzt hier schnell durch, ist mir jetzt auch Latte. So. Gut, jetzt kann ich aber wirklich nicht mehr so falsch sein. Uah. Boah, hier ist voll viel Silber und Gold. Hier unten bildet sich gerade auch Brasilian. Tappen wir doch mal mit. Ich hör dich auch schon, du hast grad einen Topf zerschlagen, ne? Ja. Ach guck mal, 200 Meter. Ja. Nein, 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 nein. Ja. Man brennt übrigens noch weiter, selbst wenn man in, äh, äh, in... Wasser? Wasser reinkommt, ja. Selbst dann brennt man noch weiter. Äh, wie unrealistisch. Komm, lass abbrechen. Voll unrealistische Spiele, ne, mit Zombies. Haha. Ne, Zombies sind realistisch. Ja, macht das noch mal Sinn. Ach ma, jetzt, jetzt lohnt sich auch nicht mehr. Spiele Lunger Potion ist eh Ende. Okay, da müssen wir aber eigentlich genug Rohstoff für unser neues Haus haben. Denk ich auch. Ich bin ja gerade noch ein bisschen am Silian-Fahren, das bietet sich nämlich gerade so wunderbar an. Oh, 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 ich verliere hier ja... Voll nicht dran gedacht, dass meine, 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 meine Lungenkraft auch irgendwann mal zu Ende ist. Ach, nein. Das war mal wieder so verdammt schlau von mir. Ah, 24 Gold-Oars. Da kannst du aber gut hören jetzt. Muss ich kurz überlegen. Oder wie würde dein Bruder machen? Genau. Weil ich die Lache auch so wunderbar nacharbeiten kann. Die verkackte Lache von dem. Die auch gar nicht nervig ist. Ja. Von diese 30-Sekunden-Dings. So. Wo steckst du? Komm in die Hoch her. Oh, hier kann man aber jetzt so was von geil Obsidian fahren. Das nutzt sich jetzt aus. Da hast du da wieder so Wasser mit dem Lava gemischt. Oh, das bietet sich... Ich muss nur die Erde weghauen. Und das bietet sich jetzt so an. Oh, das gibt so viel Obsidian. Kannst dir das nicht vorstellen. Dann müssen wir hier wieder Obsidian fahren. Dann kannst du aber mal zu mir kommen. Und dir das mal angucke. Oh, verdammt. Warte, ich lass das Wasser hier eben nochmal ab. Ich musste schnell meinen Spiegel benutzen, weil da Lava über mir herkam. Nice. Kommst du nochmal runter oder soll ich hochkommen? Ich kann runterkommen. Gut. Kann ich dir mal das Band der Regeneration geben? Funktioniert das gut oder? Ich stand da sowieso gerade eben und dann habe ich mich sowieso regeneriert. Ja. Also ich habe es jetzt noch nicht richtig getestet. Musste nochmal gucken dann. Gut. Das Obsidian kriege ich jetzt schlecht weg hier. Obwohl doch ich könnte... Ich könnte... Ich nehme mal eben mein Dirt. Mein Dirty Dirt. Baue mich hier mal so rüber. So. Ich folge einfach mal wieder deinen Namen. Tun sie das. Werte her. So. Ob sie den noch für irgendwas anderes brauchen? Können wir gleich mal dem Guide geben. Mal gucken, was er sagt. Ja. Vielleicht kann man irgendwas anderes cooles noch daraus bauen. Jetzt nur die Köpfe. Das wäre für ein Arsch. Vielleicht kann man es für teuer Geld verkaufen. Notfalls noch. Also für irgendwas wird es ja wohl noch nützlich sein. Ich habe jetzt einfach mal eben noch... Äh, 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 äh... Äh... Wo ist mein Obsidian? In der Liste. Hö? Wo ist mein... achte da. 87. Einfach mal noch 87 Obsidian. Oh, da ist unten... Eine Unhänger an Eisen. Mal, du bist denn nur noch 300 Meter weit weg. Oder 300 Fuß. 300 Stinken mit verschwitzten Füßen. Ehh. Eigentlich hasse ich Füße. Eigentlich sehen die auch voll eklig aus, wenn man mal so drüber nachdenkt. Ja. Aber es gibt ja auch Leute, die das toll finden, ne? Die dann auch dran lecken. Oha. Hör auf. Oder schon ein Lederstiefchen rumknaben. Ja. Gibt es auch. Die kleinen... Die ganzen kleinen Zuschauer sollten jetzt einfach alle mal weghören am besten. Nein, genau. Das gibt es nicht, was der Freaky da erzählt. Sonst morgens am Frühstück zwischen den Eltern. Und Papi? Lutschst du auch die Schuhe von Mutti? Haha, genau. Dann was? Trinkt einer Bonetten weniger. Ja. Ja, jetzt habe ich das selbe Problem wie du gerade. Ja, ne? Aber weißt du, was kommt mit dem Spiegel ab nach oben? Ist mir egal. Es ist gerade Nacht, wir können gerade mal schnell so ein Auge besiegen gehen. Ja, warte. Hier, das Band der Regeneration. Geh mal her. So, was nehme ich dafür weg? Hast du ja genug Platz frei, weil ich habe gar nichts mehr frei. Ich habe auch gar nichts mehr frei. Ich gucke gerade. Den Skull brauche ich ja jetzt nicht, weil wir jetzt eh nicht in die Hölle gehen. Band of Regeneration. Ja komm, dann kann ich ja gleich meinen Bosskampf mal ausprobieren. Hui! Hast du dein Auge auch dabei? Oh warte, ich brauche Munition. Das schaffen wir auch so. Wir sind doch jetzt gut. Ach so, ja okay. Warte, ich hole mir trotzdem Munition. Geht ja schnell. Boah. Boah. Ich leuchte mal eben unsere Kampffläche hier etwas aus. Ja, das heilt dich ein bisschen. Sure, das Band of Regeneration, damit das heißt. Aber das macht ja auch irgendwo Sinn. So, stirbt Zombie. Nice. So, okay. Ich beschwöre es mal. Jo. Oh, ich liebe die Musik bei dem Kampf. Ach ja, aber das ist eine andere Musik, ne? Ja, auf jeden Fall. Richtig geile Musik sogar. Ach nein. Wo ist es denn? Jetzt packt er auf die Auge. Oh. Ja, komm. Ja, komm. Gib mir keine Chance. Ah, jetzt, komm. Ja. Das Dummes, ich kann damit jetzt nicht nach oben. Ach, geht nur seitlich? Ja. Oh, oh, oh. Oh. Der nimmt sich aber gerade ganz schön durch. Boah. Gibt uns das Ding eigentlich auch Dämonite? Ich glaube schon. Ja. Vielleicht nehmen wir mal eine andere Waffe eben. Oder ich bin mir nicht mehr sicher, ob das nur der Wurm war. Oder auch das Auge. Ja. Nein, das kommt. Und? Ja, aber ich hab auch immer... Einen kann ja auch... Ne, gedrückt dann kann ich nicht. Jetzt geht's los. Und? Stufe 2. Hooray! Mach, komm, warte, wir lassen erstmal raus. Dass der so von oben wieder kommt. Dann kann der nämlich nicht weg. Jetzt! Hier! Ich liebe dieses Auge. Ach, verdammt. Ich geh mal mit meiner Axt jetzt da mal hin und mach da immer schon Schaden drauf. Und auch ordentlich schaden. Jetzt steh! Ja, jetzt hier, Moment. Bäm! Und es hat ungefähr nichts gebracht. Doch, bist ein Dämonite Ore. Nice. Wie viel haben wir da jetzt gekriegt? Dämonite Ore? Wie viel hast du gekriegt? Ja, warte. 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 Ich hab 61, hab ich gekriegt. Nice. Ich glaub, ich hab nix gekriegt davon. Aber 61, das ist gut. Hast du dein Auge dabei? Äh... Nein. Dann hol's mal eben. Jo. Ich komm mit. Huiiii. Alter, stimmt. Ich kann ja auch einfach... Ach, ich warte einfach hier. Und freu mich. Ich hab noch den Boomerang, den könnte ich ja vielleicht auch mal benutzen. Ein paar Throwing Knives glaub ich ja dank dir jetzt auch. Warte dann... Ah, hier ist das auch. Aber wir müssen halt so Stück für Stück so Dämonite Rüstung und sowas zulegen. Ja. Ich bin dafür, dass wir gleich nochmal eben den Wurm machen. Äh... Wie... Wie war das mit... Wie... Wie hab ich mich nochmal beschwert? Du nimmst Dynamit und machst diese Orbs kaputt. Und nach drei Orbs kommt der. Ja. Ach ja, stimmt. Da müssen wir aber erst wieder drei Orbs finden, ne. Und in den Orbs sind ja auch noch geile Sachen drin. Ja, dann mach mal. Ja, so ne Waffe könnte ich auch gebrauchen. Das wär ja noch cool. So, wo ist er? Ich probier mal, was der Boomerang drauf hat. Ach, Mann. Oh, kack das Auge, Mann. Warte, warte. Probier mal mein Mana-Zeug hier. Da komm. Lad auf, schnell. Ach komm. Ich krieg wieder meine Littlepix-Waffe. Au. Mann, gibt ja Augenkrebs. Na, wo ist er? Da ist er. Aua. Bäm. Findet ihr noch was besseres? Wo ist er? Oh, da war ein Kleiders. Direkt erschossen. Wo ist er? Und er wird halt jetzt hell? Ja, okay. Er ist abgehauen, weil es hell wird. Oh, ne. Fuck. Ah, da ist er wieder. Da ist er wieder. Ist wieder da. Vereilen, vereilen. Vielleicht kriegen wir ihn noch. Aber der haut ab. Meine Güte. Ne, da ist er. Hä? Der war ein Stunz. Ah, es ist wieder dunkel. Ah, da ist er wieder. Okay. Okay, schnell vereilen. Ich bin ja gerade das erste Mal bei Terraria ein Frame zusammenbruch. Das funktioniert super. Kommt noch 1000. Und? Und? Haha. Weißt du vor allem, wie das war hell? Auge ist weg. Wenn wir dann unten. Ja, dann verarschst du uns und es ist wieder da auf einmal. Ups. Oh, nice. Ja. So, wie viel Dämonite ore hast du gekriegt? So, wie viel Dämonite ore hast du gekriegt?